Wenn zum Beispiel bei der Konzentration auf die Zahlenreihe irgendein Problem entsteht, dann kann zum Beispiel so eine Zahlenreihe anfangen mit so einem grünlichen Licht zu leuchten. Und der grüne Licht hilft uns sehr schnell, die Situation zu korrigieren. Und zur Normalisation stellen wir in Gedanken die Zahlenreihe im silberweißen Licht vor. Und wenn die Zahlenreihe beginnt mit so einem grünlichen Licht zu leuchten, das heißt, das Problem sich vergrößert. Das heißt, dass wir die Konzentration mit silberweißem Licht noch stärker durchführen sollen. Und wenn das ein extremes Problem ist und eine extreme Lösung brauchen, dann beginnt die Zahlenreihe mit so gelblichem Licht zu strahlen, zu leuchten. Wenn die Zahlenreihen in diesem Farbspektrum leuchten, muss man, um das Problem, die Probleme zu lösen. Und wir müssen uns auf ein silberweißes Leuchten der Zahlenreihe konzentrieren. Das Problem ist derfeldweißen Licht, dann gilt das� Benedict turkey. Und wir wollen uns auf die Zachebeckenen, das kannst du keine Ausreden für mich.